Hallo Leute und Phipps ist doof man Wir haben wir grad noch was geschickt So, wir diskutieren nämlich gerade Wir diskutieren nämlich gerade Kennt ihr? Liegt da Stroh? Warte mal pscht Nein, warum? Warum liegt da Stroh? Warum liegt da Stroh? Warum? Halt doch mal die Fresse man! Boah Aua Ich hab mir die Hand angehauen Könntest du bitte dein Handy ausschalten? Besser? Ja So geil, wir haben voll die Cutscenen verhauen Mann, voll reingequatscht Ich mach grad mal mein Handy aus, Moment Wir sind fett jetzt da runter Fall dich doch Ja, ich beeil mich doch hier, komm hier Äh, wieso heute keine Facecam ist? Ups Äh, because I have problems Wirst du rendern Wirst du rendern? Wirst du rendern Ey, du schmeißt keine Granate Granate Es ist wieder Englisch Nö Es ist wieder Englisch Ja, da tut es in Deutsch Ja, aber Also irgendwie entwickelt sich das so langsam zum Trash-Game, Mann Mal Englisch, mal Deutsch Wir labern in die Cutscene rein Hat die Fresse jetzt hier Ist ja auch lächerlich Hier, komm her, Mann Achso Das ist nicht wie Betofield Betofield, auf jeden Fall Ach, ich bin gleich tot Ich hab keine Munition Ah! Ah! Ja, wie gesagt, ob ihr den Wieso hab ich keine Munition? Wieso hab ich keine Munition? Ob ihr diesen Typen kennt hier Äh, kennt ihr Ich dachte, das ist nur so ne Redewendung Nein So ne Also einfach nur so Das kennt doch jeder Man, man, man sagt einfach nur so Warum liegt da Stroh? Nein Na klar Nein Das ist echt so, das hab ich echt gedacht Ist ja langweilig Ja, das kann man doch nicht wissen Oh, lecker Warum diskutieren wir hier grad Warum hier Stroh liegt Warum liegt da Feuer? Ich mach jetzt Flaschen Flaschen schießen Flaschen schießen Ach egal, lass uns weiter, Mann Was steht denn hier an den Wänden? Hier steht Ach, da ist okay Mein Körper ist gleich kaputt Kaputt Hier sind wieder Dildos und Kerzen und Kondome Das ist doch so ein Dildo, Alter Geh mal deinen Ball Flaschen Schnüffel da So Wir müssen ja alles sorgfältig kaputt machen Ich bin tot Was? Ja, so mein Körper ist geplatzt, meinte ich damit Achso, das passiert mir auch als das Ich weiß Ist doch ganz normal So, hier gibt's nichts rein Oh, na doch hier Ne, doch nicht Ah, ich mach die Tür zu einfach Möp Ich frag mich, warum ich nicht durch Türen gehen kann Ich bin doch ein Geist, Mann Wo müssen wir denn lang? Hier runter, nehm ich an Mann, Mann, Mann Achso, ich dachte, da kommen wir her Kommen wir da nicht auch her? Ne, doch nicht Nö Doch, da kommen wir her Will doch nicht Oh, ich hör was Ich auch Da blitzt was Blitz Wo muss ich öfter Oh, du stehst mein Weg, Mann Ah, oh, jetzt hab ich's kaputt Oh, oh Wo denn? Ich seh nichts Hey Hallo Ihh Oh, ich glaub hier müssen wir weiter Hey, das wäre eine Wand geplatzt Echt? Ja Mann, und ich war nicht dabei Hier ist noch Waffe, ne? Hier Was ist denn das? Jetzt bin ich runtergefallen Ja, du bist schlau Sowohl Was ist das denn hier? Die sind Typen? Kaputt Ein Roboter 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 Hey Leute, wir sind da, wir können, wir konnten rauskommen Warte, nicht töten, nicht töten Ich brauche einen Warum nicht? Was ist das denn? Oh geil, Junge Warte mal hier Was machst du denn? Du lässt mich richtig Sorry, Mann Ich bin hier grad von der Waffe so begeistert Warum? Was ist das für eine Waffe? Das ist so eine Salvenschuss-Dingens hier Hast du drei Schuss? Mit grünem Zielfernrohr, Mann Ja, und hier ist noch ein Typ Also mit grünem Sichtfeld Naja, ihr wisst schon, was ich meine Ja, ich dachte Hey, du müsstest mir mal hochhelfen Was? Ich bin da in was reingetreten Was denn? Hey Mann, komm her, Mann Was hast du denn gemacht? Ich bin da in was reingetreten Säge oder so Oh Ich drück doch Achso, eh Ganz, ganz, ganz schlimm hier Guck die Pfütze an Da sind die ganzen Säge drin Bist du Bist du Völlig durch? Ne Schrotflinte Meine Loh Lohnt sich das? Ne, den nehme ich nicht mit Obwohl die natürlich geil ist Weil ich den weggefetzt habe Weggefetzt Das ist weggefetzt Lass mir auch noch was übrig Nein Das ist meine Ah Siehste schon wieder was reingetreten Mann, 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 Mann Da ist doch noch eine Das ist noch ein paar Loh, wo kommt der denn her? Danke, dass du mir grad die Seelen Ich lau' auch voll rein So, Efe Seelenband Teil oder Steele? Teil oder Steele? Teil oder Steele? Meins Warum kann ich die nicht? Ach, weiß Ich hab sie schon Teil oder Steele? Ja, komm Ja, komm dann Teil ist sie Nein, hast du ihn nicht Hab ich Nein, aber doch Team gemeinsam ist das Seelenband Wow, wow Warum ist hier alles schwarz-weiß? Ist es bei dir auch? Äh, ich bin noch nicht mal da Warte Muss erst mal rein Hier Wenn man hier reingeht Nö, hier ist nichts schwarz-weiß Okay, dann lag das komischerweise gerade an Schon ein bisschen farblos diese Welt, ne? Ja, finde ich auch Shit! Hey Leute! Ich bin zum Spielen da Hallo! Niemand ist hier zum Spielen, verdammt nochmal Klar Ist doch Battlefield Oder auch nicht Was hast du andauernd mit Battlefield? Keine Ahnung Ich verarsch dich voll, weil du Battlefield spielst und ich nicht Ja, und wer ist jetzt hier der... Naja, es ist nicht unbedingt das beste Spiel Es ist besser als COD auf jeden Fall Ja, 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 ja Ich zock aber beides nicht, deswegen verarsche ich dich ja auch Ja, weil du auch keinen Geschmack hast Ist klar Wo bleibst du denn? Ah! Ich komme nicht hoch, man So, okay Bin da Hab zwar alles verpasst, ist aber egal Na drei Stunden Hey Drei Stunden Eintreffende Power Armor Was? Was? Hey, ich hab ihn in seine... Oh Oh Was hast du grad gesagt? Ist egal Wir waren da vorhin bei diesem Parfum, ne? Welchen Parfum? Ich weiß nicht wovon du redest Ja Dieses japanische Par... Mach mal Zeitlupen Wie machen wir das denn nochmal? Mit G? SDRG Achso Okay, das war geil Kommt in die hoch? Nö Und nochmal Boah Bööööö producción So Ah fuck Ich muss ja weg, Mann Ich bin so schlecht Ist aber... Millis Duck dich doch Ah! Ich hör mal sagen wir haben ein kleines Problem Warum denn? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Granate Granate? Ja, schmeiß mal ein paar Granaten mehr hier Okay, das waren zu viele Ist der tot? Ne, aber ich Oh scheiße, ich bin gleich auch tot Kann dir grad nicht Lass mich dort da rüber Mach keine Zeitlupe Ist die aus, ist die aus Aha, Bischofs von allen Seiten Oh What the fuck Oh, ich hab dir grad kein Orientieren Mann, der ist doch fast down Was hier los ist einfach mal Er hätte gerne eine Schrotflinte irgendwie Wow Was ist das für ein scheiß Ding, Junge Der ist doch fast da Jetzt ist er down Alter, was hier los Geht das in Betafield auch so ab? Ich bruch die Seelen Guck mal, hier ist ein Grill Wollen wir grillen? Hier ist eine Gasflasche Hast du Fleisch mit? Komm, in die Hochschule Aber Gasgrill ist scheiße Oh ja Nö, dafür ist er geil Nimm mal Munition Nimm mal Munition Nimm mal Nein Wieso kannst du das nicht? Ich weiß es nicht Oh, jetzt wird es ja bald dunkel bei mir Wieso kann ich Achso, um meinen Körper Äh, hallo Was? Achso, jetzt, okay Ich glaub, das war auch eine Minute Wow, 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 wow Hey, da ist was runtergefallen Ja, Junge Was war denn das? Ein Sofa Ein schickes Sofa Guck mal, aus Leder Ich auch Das flimmert grad so ein bisschen Komm, lass mal hier hochgehen Da kam ein Sofa runter Das ist bestimmt sicher Was? LOL Das ist jetzt schon wieder Was machst du denn jetzt schon wieder? Das hättest du sehen müssen Du bist so langsam dran da Da waren Ikea-Regal No, toll Könnte ich auch rein? Nein Kann sein in der WG aussuchen Wieso kann ich nicht rennen? Ich hab die Mikrowelle kaputt gemacht Nein, ich hab die kaputt gemacht Nein, boah, komm, wir waren sie richtig kaputt Dir geht nicht weiter Schade, ich kann keine Aber hier Flaschen schießen Hier war ja eine harte, harte Ne, eine fette, fette Fetter, wetter Party Kann ich hier keine Granaten werfen? Schade, ich würde die Bude ganz erlegen Oh ja, fernseh Wirst den Fernseher kaputt gemacht Was läuft denn ZDF? Jetzt gar nichts ZDF Fernsehgarten Fernsehgarten Ah, hier ist ein Seenband Hier kommt ZDF Fernsehgarten nach oben Gesperrt Was ist hier? Weißt du, mit der Waffe Da wäre die Tür zerfetzt In zwei Sekunden Aber nein Was geht hier? Fuck's it, logic What the f... Lol Komm mal her, komm mal her Warte, ich glaub da geht's weiter Komm mal mit Echt jetzt? Ich hab da eben was gesehen Was ich nicht sehen sollte So Hier, hier ist noch Eine Tür oder so Nääääääää Eine Seele Ich hab da gesehen ein Band Wir sind dann wieder Teufel in Gelb Guck mal, Alter, der Guck mal her Was? Guck mal her, komm mal her Was, 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 was? Die Augen von dem Teddy leuchten Das ist gruselig Jetzt nicht mehr Doch, jetzt sind sie ja immer noch Jetzt nicht mehr Da kommt Blut raus? Lol Schnell weg hier, Alter Der Teddy macht mir Angst Was kommt denn jetzt schon wieder Für gegrusel, Alter? Bei dir auch? Für gegruselig Wo müssen wir denn lang? Da lang Mann, Mann Lauf Geht's hier noch weiter? Ja, jetzt ist es gut Wir sind alle Monster Ja, hast du recht Oh, guck mal Das steht auf No, you don't Jetzt ist es kaputt Kannst du mir mal helfen? Ich hab nur mal eine Kack Ach, ich kann auch den nehmen Guck mal, ich bin einer von denen Ich frag mich, was hier grad abgeht Ey, lauter so Creatures Oh, hier hängt ein Messer Die haben bestimmt den Moe Creatures-Mod hier Wo bist du denn hin? Da ist noch so ein Teddy Hier unten Bei den Dildos wieder mal Warum? Warum gehst du immer zu den Dildos? Weiß kein Alter! Alter, das hat sich Boah, das war creepy Das ist noch so ein Teddy Ich heiße Teddys Messer im Kopf Messer im Kopf Geh, geh Vorhang Lol Jetzt hier PC kaputt machen Okay Hey, hey, hey Granate Schieß doch Schieß doch Oder nicht Oh Schieß, schieß Ich muss mich Am Kopf kratzen Schieß doch Ja, komm hier Ah, Mama Gibt's hier noch ne Mikrowelle, die man kaputt Ich musste mich grad mal am Kopf kratzen, Mann Äh Nee, du kannst doch nicht in so einer Situation mich in Stich lassen Siehst, ob ich das kann Bruder Nein Oh, hier ist zu Da geht's runter Mit mehr Dildos und mehr Kerzen Hier geht's auch hoch Wo denn? Oh, nee, da waren wir doch Oh, Job Waren wir doch nicht schon? Weiß es nicht Hey, hier Special Defense Force Was? Was? Ups Haben wir noch hoch? Anscheinend nicht Nö Rave Rave Was machst du denn? Komm, wir machen ne Technoparty Oh Guck mal, da sind auch schon die Gäste Ich glaub, die Gäste hat's erwischt Ja, so ein bisschen Ja, so ein bisschen Jetzt weiter Technoparty Techno So Genug Technoparty Oh, guck mal, hier steht was Munition, alle Control Describe Training Instinct Control Describe Training Jetzt steht da nichts mehr So Gleich mal aufgeräumt Äh, da geht's nach unten Oh, in den Keller Oh, geil Komm man, wir hoch Kann man hier in die Löcher rein? Das frag ich mich ja auch immer Ja, Leute Ja Aua Wo ist der hin? Lol Lol, was halten die aus, Junge? Bei mir halten die kaum was aus Kanada Wow, 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 wow Das war ne Blitzkanate Was machst du denn? Wollte ich gar nicht Ist aber lustig Die halten ganz schön was aus, würde ich mal sagen Bei mir halten die kaum was aus Ein Messer und der ist tot Ne Lol, Alter, wie viele What the fuck Ich bin fast tot Ich bin tot Gehst du mir mal aus dem Weg? Was soll, du willst schießen? Ja, dann macht mir Spaß Ne, wiederbelebt mich, Alter Was ist hier los, Junge? Wie viele Leute Warum lauf ich so langsam? Wow, 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 wow Ich seh nichts Weißer Bildschirm Ah Okay, jetzt muss ich Wo bist du? Wo bist du? Ist eher die Frage Wo bist du? Ich bin in dem Raum Ich bin hier an so einer Schaukel An so einem Rad An so einem Drehrad In so einem Wald Ich bin immer noch in dem Raum Ich glaube, ich wurde nicht teleportiert dahin Oh, jetzt bin ich da Ich glaube, ich habe gerade so eine Kindheitserlebnis Jetzt nicht so ein Drehrad Du auch? Ja, du Ich auch Ja, du, ich auch Na gut Deutsch Ja Die hatten nicht genug Geld für alle Synchronsprecher, würde ich mal sagen Ich bin in dem Raum Vergiss das Mädchen Ihre Rettung wird dich nicht von deinen Geistern befreien Sie ist unbedeutend im Vergleich zu dem Was hier vor sich geht. Und nur darum sind wir an diesem gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Such eine Transformatorstation und folge den Versorgungstunneln in die Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Schale zu erreichen. Als ich zähl war, kam meine Mutter auf mich zu. Wir kamen uns näher und sie fing an, ihre Zurückhaltung aufzugeben. Sechs Tage später wurde sie von unseren Freunden von Armagen getötet. Sie schalteten ihre Lebenserhaltungssysteme ab. Diese Leute, die Überlebenden, waren auch von ihr angetan. Diese Säuberungsaktion ist mehr als nur ein Alter für die Öffentlichkeit. Es geht darum, die Kontrolle über etwas entsetzlich Mächtiges zu erlangen. Ja, wie sieht es denn aus mit der Folge? Mach mal Folgenpäuschen, ne? Ja, Folgenpäuschen. Päuschen. Aber es kommen schon Leute, beeil dich. Okay, dann sehen wir uns wieder. Blablabla. Tschüss. 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 Tschüss.